In diesem Video sprechen wir über die Frage, bin ich co-abhängig und was mache ich, wenn mein Partner krankenuneinsichtig ist und seine Diagnose abstreitet und einfach nicht annehmen will? So meine Lieben, und zwar habe ich eine E-Mail bekommen zum Thema Co-Abhängigkeit. Bin ich selber co-abhängig? Was genau macht jetzt dieses Wesen der Co-Abhängigkeit aus und wie soll ich mich verhalten, wenn mein Partner krankenuneinsichtig ist? Ich mache dieses Video ganz bewusst nicht in Bezug auf irgendeine bewusste Krankheit, Störung, also man kann in diesem Fall wirklich alles einsetzen. Bei der Co-Abhängigkeit wäre natürlich ganz klassisch jetzt Alkoholismus oder eine andere Suchtkrankheit. Man kann hier aber auch stellvertretend irgendein Cluster B oder sonst irgendetwas einsetzen. Ich weiß meine Lieben, ich bin mit den Nutzergeschichten im Verzug. Ich habe da einige liegen. Ich versuche natürlich so viele wie es geht davon zu beantworten. Die E-Mail, auf die ich jetzt antworte, die ist sogar noch von Ende letzten Jahres. Neulich schrieb mir sogar einer, hallo liebes Weltseele-Team, das hat mich natürlich sehr gerührt, entspricht aber natürlich nicht den Tatsachen. Deswegen bitte immer Verständnis haben, dass ich nur mein Bestes gebe. Ich mache das alleine und kann natürlich dann auch nur im Rahmen meiner menschlich gegebenen Möglichkeiten auf alles antworten, was ich aber natürlich maximal gerne mache. Gut, fangen wir an. Ich werde nur auszugsweise aus dieser E-Mail vorlesen, werde aber alles Nötige dazu beantworten, alles Nötige dazu sagen. Und zwar hat mir jemand geschrieben und gesagt, hey du, ich bin immer wieder in Beziehungen mit einem bestimmten Typus Partner, der also eine bestimmte Krankheit hat, eine bestimmte Störung hat. Und ich war da auch schon bei mehreren Psychodox und mit meiner aktuellen Beziehung läuft das auch wieder nicht. Und meine aktuelle Therapeutin hat mir nach 10 Minuten blabla gesagt, ja, ihre Partnerin, ihre Freundin hat wahrscheinlich die und die Diagnose. Jetzt ist es so, dass er hier schreibt, dass die Partnerin aber diese Diagnose nicht annehmen will, ja. Und er wäre durch meine Videos jetzt auf den Trichter gekommen, dass er eventuell co-abhängig sein könnte. Er schreibt mir, also stelle ich mir die Frage, was stimmt mit mir nicht? Und da muss ich natürlich erstmal sagen, du alter Dinosaurier, das mit dir alles in Ordnung ist, ist ja unfassbar. Wenn du eine Diagnose unbedingt auf irgendetwas möchtest, geh einfach zu einem anderen Psychotherapeuten und der wird dir eine geben. Ansonsten sei dankbar dafür, dass mit dir alles in Ordnung ist, laut deinem Psycho-Doc. Ich denke, viele Leute wären sehr froh, so wieder von einem Psychotherapeuten nach Hause entlassen zu werden. Das ist ja in der heutigen Zeit ja auch fast schon ein Luxus, nicht irgendetwas aufgestempelt zu bekommen, ja. Deine Therapeutin hat dir gesagt, deine Freundin hätte wahrscheinlich dies und das. Du schreibst jetzt, sie streitet es aber ab. Ich bin mir zu 99% sicher, dass sie diese Erkrankung, diese Diagnose hat. Und da muss man natürlich sagen, dass das von deiner Partnerin ihr gutes, gutes Recht ist, diese Diagnose abzustreiten. Ich weiß, dass das natürlich für dich ein Problem ist. Du meinst mit absoluter Sicherheit zu wissen, sie hat das und das. Deine Therapeutin hat auch schon mal gesagt, sie hat das und das, was natürlich immer ein bisschen schwierig ist. Ich vermeide es ja eigentlich auch immer, so gut es geht, jetzt auf den, tja, Macken oder, sag ich mal, Diagnosen, die angeblich irgendwelche Partner haben von Leuten, die mir E-Mails schreiben, übermäßig rumzureiten. Ich muss es natürlich in dem Rahmen tun, wenn ich eine E-Mail geschrieben bekomme, die sich nur darum dreht, dass laut Aussage des E-Mail-Verfassers der Partner das und das hat. Aber wir müssen auch immer sehen, ich kann es nicht wissen, eigentlich kann es nur der lieber Herrgott wissen. Das ist immer sehr riskant, insbesondere nach zehn Minuten, wenn ein Therapeut irgendeine Diagnose stellt, über eine Person nach deiner Erzählung, nach allem, was du erzählst und diese Person aber auch noch nie kennengelernt hat. Also wir wissen es nicht. In jedem Fall, und das ist hier das Entscheidende, ist es das gute Recht deiner Partnerin, diese Diagnose abzustreiten. Und da kannst du jetzt natürlich mit Nachdruck das immer wieder erklären und zu sagen, du hast das und guck mal, diese Symptome und hier, hier, guck mal, da zeige ich dir sogar in dem Buch, da stehen, das ist alles genau dein Verhalten. Tja, und wenn deine Partnerin dann da sitzt und sagt, ne, das stimmt nicht, das habe ich nicht, dann hast du ein Problem, ja, und das ist ja auch dieses Dilemma, in dem du dich befindest. Aber, ich sage es nochmal, es ist tatsächlich gutes Recht. Stell dir mal vor, ich würde jetzt sagen, du hast die und die Diagnose. Ja, du bist irgendjemand aus dem Cluster-B-Spektrum. Völlig aus, das muss ja nicht stimmen. Und du sagst dann, nein, das stimmt gar nicht. Du fühlst dich vielleicht sogar vor den Kopf gestoßen. Ich sage, du bist aber der und der, du bist, sagen wir mal, du bist, du bist Narzisst, ja, du bist Narzisst. Guck dir mal an, dass du Narzisst bist, wir sehen das doch. Und du wirst dann sagen, nein, das stimmt nicht, der spinnt doch, ich bin doch kein Narzisst. Und da sehen wir halt auch einfach und fühlen auch, wenn wir uns das vorstellen, dass irgendjemand anders dir sagen würde, du bist Narzisst, oder irgendeine Therapeutin oder irgendeine Therapeut, die du noch nie gesehen hattest, hättest gesagt, du bist Narzisst, dann würdest du auch sagen, ja, derjenige spinnt doch, was ist denn das jetzt? Und da ist es auch, dass wir uns da auch reinfühlen, wäre es dein gutes Recht, das abzustreiten, Narzisst zu sein? Und es ist auch ihr gutes Recht, diese Krankheitsstörung, was auch immer, wir können da jetzt, ich habe es ja schon gesagt, irgendwas Beliebiges einsetzen, das abzustreiten. Fakt ist, sie streitet es ab und du kannst jetzt im Karree springen, kannst jetzt Handstand machen, es wird an der Sache nichts ändern. Und das Interessante jetzt, da kommen wir jetzt auf diese Co-Abhängigkeit zu sprechen. Co-Abhängigkeit bedeutet es, beim Anderen zu sein, ja, also dieser klassische Begriff der Co-Abhängigkeit kommt ja aus der Sucht, sagen wir mal ganz klassischerweise die Alkoholsucht, und der Co-Abhängige, das ist der Partner des Säufers, ja, mal ganz salopp ausgedrückt. Dieser Co-Abhängige ist deshalb Co-Abhängig, weil er sich immer wieder auf den Partner bezieht und versucht, den Partner zu retten, versucht oder dem Partner auch sein Kram hinterherräumt, sich um ihn kümmert, wenn er blau ist, sein Fehlverhalten entschuldigt, ja, und so weiter und so fort. Wichtig dabei ist es, er ist deswegen Co-Abhängig, weil dieser Partner, dieser Angehörige, sein eigenes Leben über den Bezug auf den Suchtkranken oder psychisch kranken Partner definiert. Und deswegen sagt man bei dieser Co-Abhängigkeit, schau auf dich und du kannst den Anderen sowieso nicht retten. Das sind ja diese Sprüche, die hast du schon gehört. Und in diesem Sinne sagt dir natürlich auch dein Therapeut sehr, sehr folgerichtig, hey, mit ihnen ist eigentlich alles in Ordnung, aber sie müssen lernen, öfters Nein zu sagen, ja, und versuchen sie nicht immer die Welt zu retten. Das ist völlig folgerichtig und das ist auch eine Empfehlung, die zu 100% richtig ist. Jetzt ist natürlich die große Frage, du fragst, was stimmt mit mir nicht? Da möchte ich dir natürlich sagen, du setzt das ja nicht um, was dein Therapeut sagt. Dein Therapeut hat gesagt, mit ihnen ist alles in Ordnung, sie müssen nur öfters Nein sagen und aufhören die Welt zu retten und alles ist gut. Aber genau das tust du nicht. Das, was du tust hingegen, ist zu deiner Freundin hinzugehen und zu sagen, hör mal, du musst einsehen, du hast die Diagnose und mein Therapeut hat das auch gesagt. Und das ist der 1 zu 1 Übertrag zu dieser klassischen Co-Abhängigkeits-Symptomatik, dass du der Angehörige bist, eines Menschen, der ein Problem hat, eine Krankheit, eine Suchterkrankung, eine psychische Störung und dich auf diesen Menschen immer beziehst und an diesen Menschen versuchst rumzudoktern, diesen Menschen versuchst zu verändern, diesen Menschen versuchst zu retten. Aber das geht natürlich nicht, wie wir ja sehen, deine Partnerin sagt einfach, nö, das habe ich nicht. Und damit ist die Sache durch. Und in diesem Sinne ist natürlich die Frage, ob du dich co-abhängig verhältst, ob du diese co-abhängige Verhaltensstruktur selber anwendest, nach dem, was du in dieser E-Mail schreibst, erstmal richtig. Ja, das tust du. Und unterlassen, das unterlassen, heißt schlicht und ergreifend das umzusetzen, was dein Therapeut dir gesagt hat. Öfters Nein sagen. Zum Beispiel, wenn dein Partner sich so verhält, dass es dir nicht gut tut, dass du etwas nicht willst. Jetzt haben wir natürlich ein ganz großes Problem, mein Lieber. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Geschichte. Und da sind wir maximal, zu 100 Prozent, in der Co-Abhängigkeit. Und uns wird die Sache jetzt hier wie Schuppen von den Augen fallen, wenn wir uns jetzt in dieses folgende Szenario reinarbeiten, reindenken. Denn die Wahrheit ist, du kannst nicht Nein sagen. Warum kannst du nicht Nein sagen? Weil wenn du Nein sagen würdest, dann würde deine Beziehung zerfallen. Ja, oder zumindest ist es sehr, sehr wahrscheinlich. Du weißt genau, dass die Beziehung, die du führst, auf dem Fundament gebaut ist, dass du von Anfang an als Partner für deine, für dein Mädel, der Ja-Sager warst. Das ist das stützende Fundament für diese ganze Beziehung. Und deswegen sagt man auch, der Co-Abhängige Partner stützt klassischerweise die Sucht des Trinkers. Ja, wir haben jetzt den interessanten Fall, dass du deswegen nicht Nein sagen kannst und deswegen das nicht umsetzen kannst oder willst und dich dagegen sträubst. Weil du eigentlich genau weißt, wenn ich Nein sage, so wie es mir empfohlen würde, dann geht diese Beziehung kaputt. Weil die Voraussetzung, das Fundament dieser Beziehung ist das Ja-Sagen immer schon gewesen. Und wenn ich jetzt anfange, Nein zu sagen, dann wird meine Partnerin, wird sie das nicht mitmachen, dann gibt es riesen Ärger. Dann sind alle Voraussetzungen, auf denen unsere Beziehung eigentlich besteht, werden dann kaputt gehen. Und deswegen kannst du nicht Nein sagen. Und deswegen haben wir hier ein maximales Problem. Und deswegen kann man schlicht und ergreifend sagen, um Co-Abhängige Beziehungsdynamiken aufzulösen, hilft schlicht und ergreifend Nein sagen. Denn wenn du Nein sagen würdest, würden sich diese Co-Abhängigen Beziehungen auflösen. Und wir kommen ja, du hast am Anfang der E-Mail gesagt, ich habe es ja auch in diesem Video schon angesprochen, dass du schon immer wieder an die Menschen mit diesen bestimmten Krankheiten, Störungsbildern gelangt bist. Und dich jetzt fragst ja, warum komme ich denn immer wieder an diese Menschen? Ganz einfach, weil du immer und immer wieder Ja sagst. Sobald du anfangen würdest, Nein zu sagen, würde ja deine aktuelle Beziehung zerfallen. Höchstwahrscheinlich, ich vermute das. Und ich glaube, dass du das auch weißt, denn ansonsten könntest du ja auch einfach anfangen, Nein zu sagen. Gleichzeitig würde aber auch, wenn du aufhören würdest, Ja zu sagen, wenn du anfangen würdest, öfters Nein zu sagen und die Welt zu retten und immer zu versuchen, den anderen zu retten, würde dieses Schema, dieser Kreislauf, das du immer wieder an solche Persönlichkeiten gerätst, auch enden. Weil diese Leute nicht mehr mit dir matchen, Ja. Dein Beuteschema, dein Matching würde sich dadurch verändern. Und du würdest andere Leute in dein Leben ziehen. Das ist eine ganz einfache Sache, die es zu verstehen gilt. Und ja, genau, weil du nicht anfängst Nein zu sagen, gerätst du immer wieder an diese Leute. Du wirst deinen Partner nicht verändern können. Das ist das Wesen des Co-Abhängigens, zu versuchen, am anderen rumzudoktern. Anstatt auf sich selber zu schauen und sich für seine eigenen, eigenen Wünsche auch mal einzusetzen. Nein sagen zu können, Ja. Es gehört zu dieser ganzen Co-Abhängigkeitsthematik noch ein bisschen mehr dazu. Flucht in Beziehungen, weil man eigentlich nicht man selber sein möchte und sich deswegen so viel auf den anderen bezieht. Man möchte mit einem anderen zusammen sein. Nicht, um mit einem anderen zusammen zu sein, sondern weil man in Wahrheit nicht mit sich selber und seiner eigenen Biografie zusammen sein möchte. Und so weiter und so fort. Dazu habe ich ja schon mehrere Videos gemacht, von welchen ich euch auch zwei jetzt gleich im Abspann noch verlinken werde. Die könnt ihr euch gerne anschauen. Abonniert natürlich auch gerne diesen Kanal. Für dieses Video ist aber ganz klar gesagt, fang an, das umzusetzen, was dein Therapeut dir gesagt hat. Dann kommst du aus deiner Situation raus. Dein Co-Abhängiges Verhalten ist es eben weiterhin Ja zu sagen, weil du insgeheim weißt, dass deine Beziehung das nicht aushalten würde. Ja, und dann ist diese Beziehung halt für dich nicht das Richtige. Wenn diese Beziehung für dich nicht läuft, wenn sie dir nicht gut tut, ist diese Beziehung nicht das Nonplusultra. Ja, und dann musst du auch diese Sache mal anvisieren. Musst du das mal ansehen und für dich selber einstehen. Fang an Nein zu sagen. Wenn dann deine Beziehung endet, war sie nicht das Richtige für dich. Du wirst dadurch aber vermeiden mit maximaler Sicherheit, dass deine nächste Partnerin wieder dasselbe Muster bedient, weil du die Grundlage, den Nährboden für solche Beziehungen entzogen hast. In diesem Sinne hoffe ich dir ein bisschen weitergeholfen zu haben. Ich freue mich über positives Feedback, negatives Feedback. Wie gesagt, abonniert diesen Kanal gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. In diesem Sinne denke ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Checkt euch die Videos rein, die im Abspann sind und haut rein, meine Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.